Ich habe doch noch nichts anderes irgendwie freigeschaltet jetzt, ne? Also noch nichts irgendwie wildes. Hier, guck mal, kannst du ein Foto mit ihm machen? Mit dem guten alten Norm. Und hier ist sie. Ich guck nochmal. Ich guck nochmal in die Lobby und zieh mir nochmal so ein Schokoriegel. Er hat gesagt, der hat Snacks für mich. Der hat wirklich Snacks für mich. Heiltunikum. Aber wofür sind die Schokoriegel? Du kannst ein Heiltunikum verwenden, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Drücke den, um den Inventar zu öffnen. Ach, jetzt habe ich das erstmal verstanden, wie die das meinen. Aber wofür ist denn der Schokoriegel? Das ist die Frage. Bewegen, benutzen, untersuchen, vermutlich abgelaufen, bringen Schwung in die Bude, schätze ich. Ja, aber inwiefern? Was ist das hier? Ein Magazin. Der in diesen Index passt. Hä? Wo habe ich den denn her? Ah, ich bin nur noch bei Warnung. Alles supi. Klasse. Können wir nochmal ringen? Ne, können wir nicht. Aber wir können uns jetzt einen Schokoriegel ziehen, ne? Die Nummer C. Bam. Keine Ahnung, wofür. I don't know. Und ich weiß auch nicht, wo ich Klebeband herbekomme. Noch nicht. Zieh! Mal auf. Geh nicht. Schade. Ich hoffe, das wird automatisch platziert, sonst ist es echt unangenehm. Es ist sowieso jetzt gerade richtig unangenehm, weil ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, wo ich hin kann. Also, ich weiß jetzt, jetzt habe ich in der Lobby die Sachen von dem Guten bekommen. Aber ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Denn... Ich habe sonst nichts, ja? Ich habe sonst nichts. Wir haben das Meda... 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 Meda Long... Meda Long... Jetzt kann ich Meda Long nicht mehr aussprechen. Super. Aber keine Ahnung, wofür. Wir haben die beiden Spezialisten, die wir umgehauen haben. Mal gucken, für wie lange. Vielleicht in meinem Auto noch? Office-Combie komme ich, glaube ich, nicht rein. Wir haben auch noch keinen Schlüssel. Oder irgendwie sowas. Aber vielleicht kann ich auch dagegen schießen. Aber ich möchte jetzt meine Munition noch nicht verschwenden. Sieht eher aus wie ein Schlüssel. Aber es könnte halt auch sein, dass du dagegen schießen musst. Und dann geht es offen. Ach, wir schießen gerade mit Ws. Ne, gar nicht wahr. Wir haben doch alles... Also, wir haben doch mit mehreren Sachen geschossen. Mehreren Buchstaben. Schießen mit Buchstaben. Schade, dass ich nicht springen kann. Fehlt mir in dem Spiel. Irgend so ein Idiot hat hier Warnblinker angelassen. Einsteigen. Zwei steigen. Kann ich nicht hinten drin? Da habe ich doch bestimmt irgendwelche Sachen gelagert. Kann ich ins Office vielleicht noch rein? Nein, kann ich auch nicht. Dann bin ich planlos. Dann bin ich jetzt absolut planlos. Da drin ist der brutale Schubser. Da will ich gar nicht wieder zurück rein. Der Schokorick, da habe ich gerade gegessen. Da hat der gar nichts gebracht, oder? Was ist denn hier drin? Komme ich hier rein? Ah, hier kann ich das Ding hinpacken. So, da fehlt mir noch eins, ne? Eine Art Steckplatz. Also, ein Ding fehlt mir noch. Hm. Woher nehmen? Mal gucken. Vielleicht sind die auch diszipliert oder so. Heiltunikum macht aber auch nur ein Ding wieder gut, ne? Also, einsammeln mäßig ist hier aber auch nicht viel, ne? Normen. Normen, bist du hier? Willst du rauskommen zum Spielen ein bisschen? Ne, bleib lieber. Ich habe keine Munition mehr. Wenn ich gleich wieder Munition habe, dann kannst du rauskommen zum Spielen. Der eine sagt, bei der einen Tür sagt er, er braucht einen Schlüssel. Ach, hier, guck mal, hier habe ich das, das habe ich verpasst. Hier muss es jetzt weitergehen. Das ist die letzte Tür. Ja. Oh, jawohl, jawohl, jawohl. Wer spricht denn da? Das Ding? Nee, da. Nee, da. Was macht der? Ach so. Mir fehlt ein Fadenkreuz. Definitiv fehlt mir Fadenkreuz. Wenn ich jetzt nicht so sparsam sein müsste, wahrscheinlich mit der Munition, würde ich jetzt mal schießen, einfach mal, ne? Ja, ganz, 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 ganz kurz. Ich brauche, glaube ich, wirklich ein Fadenkreuz. Die schießt so komisch, das Ding. Pass mal auf, wo ist es? Das habe ich doch gesehen. Da ist es doch. Hier, mach mal an hier, Assistent. Ich brauche einen Assistenten hier. So, guck mal. Jetzt wird da ein Schuh da raus. Jetzt habe ich eh nur noch zwei Schuss. Jetzt schieße ich einmal. Ach so, okay. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Ich dachte, du wärst böse. Aber ich habe eine Münze. Nein, die kommt schubsen. Scheiße. Nein, ich komme da nicht weiter. Oh nein. Lass mich, lass mich bitte ruhig. Nein. Ich hätte die Pierschuss noch gebraucht. Oh. Mann. Wo bin ich denn jetzt? Ach, ich komme jetzt an, oder was? Hör auf, sag mir nicht, ich komme an. Ach, überleben heißt dann, dass ich wieder von vorne anfange, oder was? Wir machen trotzdem auf, mein Lieben. Okay, ist jetzt egal. Wir machen das. Wir ziehen das durch. Wir müssen nur aufpassen, ja, dass wir da nicht erwischt werden. So, Warnblinker an. Das nehme ich mit. Da ist nichts. So, aufsteigen. Jetzt muss ich mir die ganzen Gespräche wieder anhören von denen. Aber wir brauchen auf jeden Fall das Fadenkreuz. So, wir müssen ja, Gott sei Dank, jetzt nicht überall nochmal hin. Wir wissen ja, wo die Sachen sind. Wenn das nochmal so ist, dann muss ich gleich auf normal machen. Ich habe keine Lust, nochmal anzufangen. So, Bing Bong. Oh, ich kann es überspringen. Sauber. Schön, Dankeschön. So, oben war nichts, ne? Wir haben jetzt die Sicherheitskarte. Und mit der Sicherheitskarte können wir den guten alten Normen folgen. Aber leider immer noch kein Klebeband, um die festzubinden. Da ist er. Da rennt er, wie zum Dunen. Ich komme, Norm. Glaub mal, diesmal wird es nicht lustig. I am vorbereitet. Münze. Sauber. So, ich nehme aber auch die Zeitung jetzt hier mit. Und das war es, glaube ich, ne? Mit dem Einsammeln war es das jetzt erstmal. So. Jetzt darf er mich nur nicht erwischen. Hallo, Normen. Nein! Der erwischt dich trotzdem einmal, mindestens. Stay back! Und gar keine Freunde. Die heck ist going on here? Keine Ahnung. Nein! Das gibt es doch nicht! Normen, hör auf! Oh, nein! Was hat der Norm für eine Reichweite? So, Zettel nehme ich noch mit. Dann gucke ich mich hier nochmal einmal ganz kurz um. So, ist aber nichts. Gut, das heißt, wir gehen jetzt weiter. Holy moly, ey. Okay. Okay, nach unten. Und jetzt, die versuchen irgendwie die, ja, keine Ahnung, wie wir das machen. Vielleicht kann ich mich vorbeischleichen. Da ist Munition oder so drin. Was ist denn mit dir los? Die fällt nicht, die fällt nicht. Wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter. Ich habe vergessen, dieses verdammte Tunika-Zeug einzupacken, mitzunehmen. Ja, hallo? Ja, gib mir das. Und das Magazin gibst du mir auch. Dankeschön. So, und den Zettel gibst du mir auch. So. Einmal nachladen. So, jetzt gehen wir einmal ins Inventar, trinken die Tunika, damit wir nicht direkt down gehen. Benutzen, bestätigen, willst du wirklich? Jetzt gucke ich noch mal, was mit dem Schoki passiert. Keine Ahnung. So, und jetzt gehen wir zurück und geben der, den Rest. Sauber. Elf Schuss. Festkleben können wir nicht. Wir haben immer noch kein Klebeband. Jetzt kann man sich hier ein bisschen umschauen nochmal. Aber hier gibt es sonst nichts. Uh, okay. Alright, alright, alright. Ich brauche noch so eine Tunika am besten. Schnell, 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 schnell. Ich weiß nicht, was das bringt, wenn ich ehrlich bin. Das war ja voll unbrauchbar. Das war jetzt ganz unbrauchbar, dass ich jetzt dahin wieder zurückgegangen bin. War das Kleid schon vorher da? Ich weiß es nicht. Aber das war jetzt maximal dumm. Das war ja richtig dumm. Jetzt habe ich voll die Munition verballert. Oh, war das dumm. Hallo? Ist es ein Klebeband für eine Person? Ey, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Speichern? Gibt es auch speichern vielleicht? Waschen? Bitte lass die Tür aufgehen. Bitte lass die Tür aufgehen. Bitte lass die Tür aufgehen. Gott sei Dank. Sie ist verschlossen. Muss ich dagegen ballern? Wir haben einen Schlüssel. Und wir werden ihn nutzen. Schief mit Anlag. Drücke RT, um die Rohrzange zu schwingen. Ja, aber was soll ich denn damit denn bitte schön machen? Und wie wechsle ich jetzt wieder auf die Waffe? So. Okay. Ja, aber Rohrzange bringt dir ja gar nichts, wenn die dich schubsen. Nein! Für irgendeine Tür ist jetzt dieser verdammte Schlüssel. Für irgendeine. Super, ich freue mich. Das heißt, wir müssen jetzt wieder... Das kann für die oben sein. Ich kann mich auch nicht anschleichen, ne? Oh, I love it so much. You've never heard music before? You've never heard a trombone sifting across the evening air? You've never heard a violin wafting from the basement? Get off of me! Hey, ich hab zuerst geschlagen! Ich liebe dich! Oh, Gott sei Dank! Schlag dich tot! Schnell weiter. Das ist bestimmt nicht die Tür. Doch, da geht's rein. Puh. Oh, nee! Tools? Fünf Cent? Heilen! Du wurdest geheilt. Schwierigkeit überleben. Gesundheit gesund. Andere Notiz. Ich empfehle eine Asthma-Behandlung. Du solltest mehr Sport treiben. Kosten eine Marke. Kommen Sie gern wieder. Vielen Dank. Öffentliche Speicherstation. Oh, nice. Gespeichert. Ne, warte mal. Heilen? Hier ist speichern. Kostet auch eine Münze. Okay, wir gehen rein. Speichern. Saved. Schwierigkeitsgehalt überleben. Gespeichert 2. Gesundheit gesund. Äh, Gebiet. Bühne 4. Zeit 57. Kosten eine Marke. Super, ich freu mich. So, was haben wir denn hier? Tonbühnenkarte nehmen. Genommen. Genimmt hab ich das. Oh, ist ganz schön weit. Wo bin ich denn? Da unten. Der Typ mit der Kappe. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Dann eins. Okay. Direkt gemerkt. Tools. Hey, warte mal. Hat jemand hier Tools vergessen oder was? Äh, nehmen. Nehmen. Wir haben ja noch nicht so viel, dass ich sage, doch, weißt du was, das Media Long pack ich so lange weg. Ich weiß halt nicht, wofür der Schlüssel genau ist. Ähm, das verstecke ich so lange. Noch mehr Minzen. Sauber. Jetzt sind wir aber richtig gut drauf. Ähm, 12 Schuss. Sauber. Also man muss lernen, mit der Rohrzange das am besten zu machen, um sich Munition zu speichern. Tschö. Was? Steine gerade, sie haben sie geöffnet? Ah, Abkürzung. Cool. Auch eine Abkürzung? Nein. Eine Pizza. Oh, yes. Hamburger Pizza. Cookies. Wackelpudding. Du hast hier alles, was du brauchst. Das sind die hier, die, äh, Bühnen-Dingsbums. Ich kann Schublade öffnen. Ja, Klebeband, sauber. Was ist das denn? Er ist zugeklebt. Ja, und das ist jetzt ein Hindernis, oder was? Du hast einen Rohrzange in der Hand. Attention, Attention. Ich bin hier, um euch zu vernichten. Wir gehen rein. Oh, verdammt, das ist auch wieder in die Tür. Was bist du? Du bist, du bist festgeklebt. Die quatscht trotzdem noch, oder was? Secret. Sheetkassette. Ein Sheet wurde freigeschaltet. Scratched. Wir haben ein Sheet. Du wolltest schon immer ein Sheet haben. Ich mag Sheets. Was ist ich da runter? Nein! Oh, verdammte du! Es gibt Krieg. Jetzt schubse ich dich die komplette Treppe hier runter. So, Feierabend mit dir. Oh, ja! Nice. Dafür war der Schlüssel? Ne, wir haben jetzt irgendeine größere Tür geöffnet. Oh, ne, wir sind wieder hier. Wuh-äh. So. Hello. It's me. Oh, what is that? Shiny. Shiny. My grandma and mama and me. Jetzt reicht es mir mit dir jetzt hier, aber Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Wo muss ich denn jetzt lang? Die spürt das auch durchs Regal So, hier haben wir alles Hier könnte ich speichern und nochmal laden Ne, gar nicht wahr, das ist voll die Lüge gewesen Ich bin in einem ganz anderen Raum jetzt hier Nein! Oh Mann ey Ist der Typ blöd ey Okay, wir müssen jetzt Vielleicht haben wir den Schlüssel jetzt für die eine Tür Da müssen wir schon mal schauen Ein Norm am Start, das ist schon mal sehr sehr schön Die Seite ist immer noch Die Tür ist immer noch verschlossen Ja, da haben wir was geöffnet Hoffentlich können die Deppen Der Norm kann die Türen öffnen Doch, der Norm ist ja durch eine Tür gerade gegangen So, wie geht es denn?